Okay, heute testen wir die Jean und Len Sensitiv Sonnencreme. Wer mehr zu den kritischen Inhaltsstoffen erfahren möchte, sollte sich die nächsten Parts angucken. Ich trage zwei Finger voll in zwei Schichten auf meinem Gesicht auf. Und ihr seht schon, ich bin nicht wirklich überzeugt. Durch das enthaltene Titandioxid sammelt sich Pigment am Haarensatz, ansonsten ist es die Mühe.